Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auf WhatsApp bedankt sich jemand und schreibt gleich auch eine Gebetserhörung. Ich möchte ein herzliches Danke sagen für eure glaubensstärkende Sendung Hoffnung um 12 und für die Möglichkeit um Gebetsunterstützung. Am 7.7. war ich in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt. Der Schock war größer als der Schaden. Ich rief noch an der Unfallstelle an und bat um Gebet. An meinem Auto sind nur ein paar Lackkratzer geblieben, die mir ein Bekannter nächste Woche ausbessern wird. Auch bei dem anderen Teilnehmer ist nur ein kleiner Blechschaden gewesen. Danke Jesus für die Bewahrung und dem Gebetsteam für eure Gebete. Ja, Gottes Bewahrung ist wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Verbreite Gottes große Taten. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de oder auch im Chat. Das Telefon ist heute nicht besetzt. Verbreite Gottes große Taten. Wir lesen da im Psalm 105, Vers 1. Preist den Herrn und rühmt seinen Namen. Verkündet allen Völkern seine großen Taten. Ja, das wollen wir tun, aber was tun wir? Oh Herr, warum? Und Herr, wie kannst du das zulassen? Oh Herr, diese Zeit. Oh Herr, dort und oh Herr, da. Gott tut so viel Großes. Wir leben in einem wunderbaren Land. Wir haben gerade viel Kontakt mit Indien und wenn man das sieht, der Kontrast, da können wir nur Danke, Danke, Danke sagen. Da ist unser Minimum dort noch richtig Luxus. Und wir dürfen auch, wir sollen Gott Lob und Ehre geben für das, was er Großes bei uns tut. Wir gewöhnen uns so an das Große, was er tut, dass es uns gut geht, dass wir ein Auto, eine Wohnung haben, eine Arbeitsstelle. Das merkt man erst, wenn man sie nicht mehr hat. Gott tut so viel Großes. Und viele sprechen immer lieber vom Schlechten. Und so viele warten, oder wir fast alle warten, bis alles in bester Ordnung ist. Und dann danken wir Gott, Herr, endlich mal in meinem Leben, alles ist total okay. Ich glaube, den Zustand werden wir selten erreichen. Wir haben wunderbare Situationen, wir wollen Großes erreichen. Aber das Leben ist auch eine Herausforderung und Gott begegnet uns in seiner Größe. Jemand, der größer ist, der stärker ist, kann uns helfen. Es gibt so viele, die viel, viel reden und uns nicht helfen können. Und ich möchte diesen Teil mit einer kleinen Begebenheit schließen. Ich habe mal beobachtet, wie eine Frau einem Bettler im Bäcker, ja, jetzt fällt mir das Wort ein, beim Bäcker, etwas gekauft hat und hat es ihm in seinen Korb gelegt. Der wurde sowas von wütend, wurde sowas von wütend, weil er Geld wollte. Wie sind wir doch so oft eingestellt, wie die Hilfe kommen soll. Aber ich sage dir, die Hilfe bekommen von Gott. Du bekommst so vieles von Gott, sagst du auch Danke. Herr, ich danke dir dafür, dass wir so vieles von dir bekommen. Ich danke dir. Lass es uns aber auch bewusst sein und bewusst werden. Und Herr, so wie es auch in diesem Psalm heißt, dass wir von deinen großen Taten erzählen sollen. So wie es wir auch jetzt gleich wieder tun, was du alles getan hast, auch durch diese Sendung, durch Gebet. Herr, danke, Herr, dass wir hier eine Plattform haben, um von deiner Größe zu berichten. Danke, Herr. Amen. Eine Frau schreibt uns per E-Mail. Liebe Frau Isolde Müller, vielen lieben Dank für Ihre Predigt, die ich heute um 14.30 Uhr auf Bibel TV gesehen habe. Sie hat mich mitten ins Herz getroffen. Mir liefen einfach die Tränen, die ich wohl schon lange Zeit verdrängt habe. Mein schon lange erwachsener Sohn bereitet mir durch seine Süchte nach verschiedenen Mitteln, die er zu sich nimmt, sehr viel Kummer. Bitte beten Sie für ihn, dass Gott ihn frei macht. Vielen Dank. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Sohn kennst, diesen Mann kennst. Und auch die ganzen Süchte, wo er dranhängt. Und ich danke dir, Jesus, dass du Befreiung geschenkt hast am Kreuz von Golgatha. Und wir entmachten jetzt diese Süchte im Namen Jesus in seinem Leben. Und ich danke dir, dass er frei ist, dass er frei ist durch dein Blut und dass du sein Herz veränderst und verwandelst. Danke, Jesus, dass du in sein Leben trittst und dass diese Süchte entmachtet sind und dass sie kein Anrecht mehr haben, weil du sie besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus. Und stärke auch die Mutter. Danke, Jesus, dass du ihr viel Zuversicht schenkst und auch neuen Mut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihren Sohn um Gebet. Liebe Beter vom Missionswerk, schon öfter habe ich um Gebet für meinen Sohn gebeten. Er hat allergrößte Schwierigkeiten ins Leben zu finden und geht krumme Wege. Er hat die Beziehung zu mir mittlerweile abgebrochen. Bitte beten Sie, dass etwas geschieht, das ihn zum Umdenken bewegt, sich selbst erkennt und Gottes Macht und Liebe. Herzlichen Dank fürs Beten. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese krummen Wege von diesem Sohn kennst. Und ich danke dir, dass du sie gerade machst, dass du eingreifst in sein Leben, dass du ihn frei machst von allen Gebundenheiten, dass du ihm begegnest und zu seinem Herzen redest. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über seinem Leben. Und dass du auch die Mutter segnest, Jesus. Danke. Gib auch ihr die Kraft und die Zuversicht und den Mut, dran zu bleiben. Danke, Jesus, dass du diese Menschen veränderst. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet und wegen der Ferien ist das Telefon heute nicht besetzt. Eine Frau bittet um Gebet für zwei Familien im Hochwassergebiet. Bitte betet mit für zwei Familien. Sie leben mitten im Katastrophengebiet. Bitte betet für Schutz und Segen und Bewahrung. Ja, das ist eine ganz neue Geschichte, die Hochwassersache, die uns vor ein paar Wochen erreicht hat und so viele in Not gekommen sind. Und da möchten wir für diese Sache aber auch für all die anderen beten. Herr, ich danke dir dafür. Du siehst all die Situationen, die Leute, die jetzt aufräumen oder gar nichts mehr haben und nicht mehr weiter blicken können. Und ich danke dir dafür. Herr, schenke du Perspektive. Schenke du Neues. Schenke du wirklich Wunderbares. Herr, in all der Not, in all dem Schmutz, in all dem Gestank. Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Lass Neues entstehen, Herr. Danke, Herr. Du, du, dort Wunder, Herr, wo Unmögliches ist, Herr, dass es möglich wird. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Folgende Bitte kam per WhatsApp. Liebes Missionswerk Karlsruhe, bitte um Gebet für unseren Pastor. Er hat wieder neue Metastasen an der Wirbelsäule und im Gehirn. Ich weiß, Gott ist gut. Dankeschön, Jesus, für die Heilung. Ja, es ist immer schön, wenn diejenigen, die um Hilfe bitten, selber auch glauben. Und da heißt es auch in der Bibel, wo zwei oder drei eins werden. Wenn sie im Namen Jesu bitten, so wird es geschehen und daran glauben wir. Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt eins machen dürfen. Auch für diesen Pastor. Danke, Herr, dass die Metastasen, dass wir in deinem Namen diesen Metastasen gebieten, dass sie weichen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr, dass die Wirbelsäule gesund wird, ohne jegliche Probleme. Die ganzen Bandscheiben, Nerven, alles wieder seinen normalen Zustand annimmt, den geheilten Zustand annimmt. Ich danke dir dafür, dass alles vertrocknet, was dort nicht hingehört, an Gewächse, an Metastasen und wie das ganze Zeug heißt. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, für deine Hilfe. Amen. 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 Gott verwandelt negative Umstände zu einem Quellort, so wie diese Frau schreibt. Danke für den Geburtstagsgruß mit dem Bibeltext. Sie gehen durch ein Tränental und machen es zu einem Quellort. Das trifft genau auf mein Leben zu. Mir wurde gekündigt und ich war froh darüber, weil ich tagsüber keine Zeit mehr hatte und abends Fußschmerzen. Ich habe die Zeit genutzt, an drei Online-Konferenzen teilgenommen und unter anderem an eurem Seminar Erkenne deine Berufung. Dann konnte ich an einem Einführungsseminar bei einem Institut für christliche Lebensberatung teilnehmen. Die Kosten dafür bekam ich geschenkt. Ich habe teilgenommen. Es war sehr bereichernd für mein Leben. Außerdem habe ich eine neue Arbeitsstelle bekommen, die nicht mehr so anstrengend ist und bekomme mehr Geld. Von einer Bekannten bekam ich Gelsohlen geschenkt, die sehr teuer sind, da ich an dem neuen Arbeitsplatz auch wieder viel laufen muss. Das waren alles Zeugnisse dafür, dass Gott mein Tränental zu einem Quellort verwandelt. Wie wunderbar, wenn Jesus eingreift und es wirklich zu einem Quellort wird. Gott erhört Gebet. Das hat auch diese Frau erlebt. Bei einer Blutuntersuchung wurde ein erhöhter Tumormarker festgestellt. Es folgten die üblichen Untersuchungen. Parallel dazu hatte ich bei euch um Gebetsunterstützung gebeten. Vor der Magenspiegelung, sechs Wochen später, wurde mein Blut noch einmal untersucht. Der Tumormarker lag plötzlich unter der Nachweisgrenze. Die Magenspiegelung war ohne Befund. Meinung des Arztes, auch ein Labor macht mal Fehler. Für mich war das eine eindeutige Gebetserhöhung. Auch war ich in der ganzen Zeit vollkommen ruhig. Mir sind in der Zeit immer wieder Bibelferse sozusagen vor die Füße gefallen, in denen von Leben die Rede war. Gott ist gut. Herzliches Dankeschön fürs Beten. Wie wunderbar. Und aus der Schweiz kommt diese Gebetserhöhung. Von Krebs geheilt. Sie haben für mich vergangene Zeit gebetet. Das CT-Resultat vom 18.05. und Ultraschall heute, 28.05. zeigte, alles ohne Tumore und Metastasen. Ich danke Ihnen von Herzen für die Gebetsunterstützung. Ja, Gott erhört Gebet. Ja, hat auch Gott bei dir ein Gebet erhört? Hast du was Wunderbares mit dem lebendigen Gott erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, mein Tipp heute ist, verbreite Gottes große Taten. Es gibt in der Bibel viele, die man lesen kann. Aber wenn du was erlebt hast, das ist begeisternd für deine Menschen, für die Menschen um dich herum. Sag ihnen, was du mit Gott erlebt hast. Lass sie richtig neugierig werden und dass sie wirklich fast eifersüchtig werden und sagen, das brauche ich auch. Das ist ein lebendiges Zeugnis, wenn wir sagen, was Gott an uns getan hat. Danke für das, was er in deinem Leben getan hat. Du darfst auch danken für das, was er noch tun soll. Aber sage, erzähle von den großen Taten. Schick uns gerne dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und das Telefon ist wegen den Ferien heute nicht geschaltet. Ja, und auch wegen den Ferien haben wir derzeit im August nur Mittwochs, Hoffnung um zwölf. Das heißt, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Was wir aber haben? Unser neues Magazin. Schau mal rein, wenn du es noch nicht hast. Bestelle es kostenlos. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wir verabschieden uns von Herzen und wünschen Dir eine gesegnete Zeit. Alles Gute, der Herr segne Dich. Wusstest Du, dass Du mit Deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns Dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest Du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.